Devin, weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemacht. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Ich habe nichts von euch gehört, aber das Skiff habe ich vorbeifliegen sehen. Nächstes Mal kriegen wir sie. Ich habe nichts von euch gehört. Das war's. 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 Das war's.